Ich bin auf dem Stand von Drive Dressy hier auf dem Caravan Salon 2023 und ich liebe ja Bullis und ich liebe Farben und die Louis ist gegenüber von mir, denn ihr habt farbige Sitzbezüge nicht nur für den Bulli, sondern für eine ganze Reihe an Fahrzeugen, oder? Das ist korrekt. Von bunt bis schlicht, von großen Kassenwägen bis zum kleinen Bulli können wir dich ausstatten. Denn ihr näht die alle, werden mit Hand genäht in Europa, oder? Genau, in Slowenien sitzt unsere Näherein. Das ist cool und fühlt sich super angenehm an, drauf zu sitzen. Jetzt hast du gesagt, für viele verschiedene Fahrzeugarten, den zieht man komplett selber drauf. Man muss nicht in die Werkstatt fahren. Nee, auf gar keinen Fall. Die kannst du und musst du ganz alleine aufziehen. Da haben wir Videos für vorbereitet und das ist eigentlich sehr leicht aufgezogen. Wenn man hier mal so guckt, das ist hier zum Beispiel einfach nur mit so einem Klett gelöst, hinten umgestülpt und das hat noch jeder hingekriegt. Manche Rückbänke sind mal ein bisschen komplizierter, aber dafür, wie gesagt, haben wir unsere Videos vorbereitet. Da turnt unser Gründer höchstpersönlich rum und erklärt dir, was du machen musst. Jetzt ein wahrscheinlich vielleicht Firmgeheimnis. Ich weiß es nicht, aber wenn man zum Beispiel dieses Waldmuster anguckt, ist das Muster ja perfekt über die ganze Bahn. Wie kriegt ihr das hin? Das kriegen wir digital hin, indem wir das schon direkt so vorbereiten, bevor wir überhaupt die Stoffe drucken. Das heißt, wir drucken uns eigentlich nur die Schnittteile, die wir brauchen und nicht einfach eine große Stoffbahn mit einer Farbe, aus dem wir dann ausschneiden müssen, damit das Muster eben perfekt ineinander übergeht. Vor allen Dingen aber auch, damit wir ein bisschen nachhaltiger und müllschonender produzieren können. Perfekt. Das heißt, diese ganzen Stoffreste fallen nicht an mit lauter bedruckten Sachen? Die Stoffreste fallen an und damit können wir sicherstellen, dass an jeder Naht eben das Muster schön ineinander übergeht. An irgendeiner Kurve klappt es dann vielleicht mal nicht so gut, je nachdem, wo der Sitz gerade lang läuft. Aber du siehst ja hier bei so einem ganz spektakulären Dreiecksdesign, dass das gut funktioniert hat. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe einen ganz neuen Bus, der hat an meinen Sitzen Airbags. Funktionieren dann eure Sitze trotzdem, eure Sitzbezüge? Die funktionieren absolut. Du siehst es hier zum Beispiel, wir sitzen hier gerade in einem VW-Bus und wir nähen an die Stelle, wo in dem Original sitzt ein Airbag verbaut ist, nehmen wir eine Airbag-Naht. Das ist mit einem anderen Garn und mit einer anderen Maschine genäht und an der Stelle kann der Bezug dann aufreißen im Fall der Fälle. Wir hoffen, das passiert nicht, aber unser Sitzbezug macht dann alles mit und an der Stelle muss man beim Aufziehen ein bisschen vorsichtig sein, weil die Naht, das sieht man wirklich, an der Stelle einfach ihre Sicherheitsaspekte hat, dass sie aufploppen kann. Jetzt haben meine Eltern einen Hund. Welchen Sitzbezug würdest du ihnen empfehlen? Du hast glaube ich auch einen Hund, oder? Welche Farbe? Ich habe auch einen Hund. Ich frage dann immer, wenn mich das einmal fragt, welche Farbe hat denn der Hund? Also idealerweise nimmt man mit Hunden oder auch mit kleinen Kindern ein bisschen was Buntes, wo ein bisschen viel los ist. Das heißt nicht unbedingt, dass ein Wäscher-Sitzbezug so im Hintergrund empfindlich ist. Solange ein bisschen Muster da ist, sieht man eben Flecken und Haare ein bisschen weniger. Aber das Gute ist ja bei uns, du kannst die Bezüge in die Waschmaschine schmeißen. Ah, okay. Einfach normal waschen? Schonend waschen bei 30 Grad in so einem großen Wäschenetz. Auch dazu gibt es dann eine Anleitung von uns und das ist ein ganz besonderer Aspekt, der auch sehr, sehr wichtig ist für viele unserer Kundinnen und Kunden. Hunde, Kinder sind unsere liebsten Argumente. Kaffeebecher. Für die Schusslegen unter uns. Zu dem gleichen Sitzbezug gibt es ja Stoff entweder einzeln zu kaufen oder auch so coole Taschen. Dazu gibt es ein nächstes Video, das könnt ihr euch dann angucken. Das verlinke ich euch. Auch Fensterbezüge habt ihr. Das heißt, man kann da richtig kreativ werden und sein Fahrzeug so ausstatten, wie man es will, oder? Genau. Wir haben so die Idee, dass du dir einfach dein fahrendes Zuhause kreierst. Weil ich meine, warum sollst du nicht, wenn du auf Reisen bist, dir das so schön machen wie in deinem Wohnzimmer? Besser könnte ich es nicht beschreiben. Ich verlinke euch die fertigen Sets, die wir im Shop haben, unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank, Louis, für den kleinen Einblick. Ein weiteres Video, wie gesagt, verlinke ich euch, wo es zu den Taschen und den Fenster-Thermomatten geht.